Guten Morgen, liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer erneuten Stream-Ankündigung. Heute beginnt die Woche, worauf eigentlich jeder FIFA-Spieler aufs Neue jedes Jahr wartet. Besser als Weihnachten, besser als Ostern, besser als alles andere. Das Team of the Year wird heute von der FIFA gewählt. Ab heute Abend kommen die ersten Spieler, also die Verteidiger inklusive Torwart in die Packs. Und diese wollen wir natürlich so weit es gehen ziehen wie möglich. Packt gute Laune ein, packt Münzen ein und dann wollen wir richtig auf die Kacke auen. Also, wir sehen uns heute Abend ab 20 Uhr. Seid dabei, bis dahin, haut da rein, euer Hahn.